beim heutigen replay of the week wird es mal wieder patriotisch denn wir sehen dem t26 i5 patriot und da bin ich schon sehr gespannt wie die runde wird geht deinen namen tanzen hat hier das ganze gespielt und wie gesagt reines achtergefecht also von dem her nicht zu leicht denn als top tier wenn es jetzt ein 8er 7er 6er gefecht zum beispiel wäre da würde sich noch mal leichter tun aber ein reines achtergefecht macht schon mal spaß und dann auch noch die karte denn er kann hier jetzt perfekt mit seiner gun depression und mit seinem verhältnismäßig starken turm da arbeiten das wäre mit manch anderen panzer dann deutlich anders und auch deutlich schwieriger jetzt schauen wir mal wie er das hier macht aber ja ich habe schon fast gedacht dass er sich hier auf diesen hügel beziehungsweise diese anhöhe begeben wird und da versucht den einen oder anderen schuss rauszubekommen man sieht schon die kanone wie sie dann sozusagen am start ist scorpion g kriegt er da auf aber versemmelt noch mal so jetzt bisschen länger ein aimen und da kennt er ihn auch und aktuell gibt es hier kaum gegner der vk so noch mal einen da hat er schon mit he geschossen aber hat halt nicht richtig getroffen sonst hätte er mehr schaden gemacht jetzt aber deswegen jetzt 3 37 so jetzt denkt sich der scorpion langsam wo ist mir jetzt wohl zu doof jetzt braucht er noch einen schuss und dann hat er schon geschafft mit auto im drauf und perfekt gemacht der fcm hat zeitlich seinen turm beschließen können deswegen ging der hitz einfach durch aber genau das war das was ich gesagt habe er kann erst mal mit seinem turm einfach hier gut wirken jetzt geht er für die kommandanten kuppel auch da schön getroffen in tiger 2 und noch mal der wahnsinn den hätte ich nicht mehr gedacht dass er den auch so platziert aber kein problem für ihn das ist den platz der einfach raus kann man mal machen so und jetzt will er dem vk da noch eine geben die kommandanten kuppel ist zwar riesig zu treffen aber ab und an trollt sie einen dann doch und jetzt geht er dafür die untere frontwanne oder von platte ist bei dem jetzt nicht so leicht machbar da muss er doch dann auf die kommandanten kuppel schießen so jetzt hat er hier eine ordentlich bekommen aber sofort die revanche schelle sozusagen verpasst auch und passt da sehr gut auf den hügel auf der gegner macht das was er jetzt vorher gemacht hat nämlich hier ein bisschen rüber drücken hat aber das gut gemerkt und dementsprechend auch den hit als antwort gegeben ist es aber wichtig dass hier einer steht weil sonst ist sein team da aufgeschmissen im direkten vergleich gegen erste aber ganz klar die besseren chancen mit seinem turm aber er muss jetzt hier supporten sta zieht sich zurück kommt jetzt aber wieder hoch so ein bisschen aber genau das ist jetzt der sta hat jetzt in dem fight einfach ganz klar die schlechteren karten und er kann hier einfach perfekt seine stärke einsetzen der sta hat jetzt schon gar keinen bock mehr deswegen will er jetzt abhauen aber eine kriegt er noch mit auf den weg und jetzt kommt er hier vielleicht gleich auf den vk drauf also da muss er noch aufpassen da auf c2 b2 da sind noch einige gegner nicht dass er da jetzt nicht irgendwie doof überraschen lässt ja genau schön auto eben direkt schnell drauf gar nicht lang aimen bei der distanz kein problem seitlich so und jetzt der sta aua und der tiger der hat er jetzt den zurückgegeben jetzt kommt auf den hoh drauf vk hat ihn da auch auf dem zettel jetzt muss er aufpassen er hat nur noch 317 hit points 317 hit points würde halt bedeuten ein guter treffer und dann schüssi kowski so der sta der versucht sich mal ein bisschen aus der weiteren entfernung ja und hier hat er jetzt einfach mit dem vk jetzt probleme aber er will jetzt erst noch mal für den sta gehen jetzt von hinten der fcm jetzt wird es eklig jetzt werden sie da ein bisschen eingekesselt deswegen er konzentriert sich jetzt sofort auf den fcm der fcm hat er jetzt auch getroffen und durchschlagen jetzt ist er für jeden eigentlich ein one shot aber hier jetzt erst noch mal mit dem fcm der fcm fahren ist hier nicht drauf sein fehler dementsprechend kann er seine seiner panzer und seinem turm arbeiten der fcm hat da halt nichts dementsprechend konnte er das jetzt klären sehr schön gemacht sehr gut aufgepasst auch hätte auch noch anders laufen können nämlich so und jetzt muss er natürlich da auf die neuner nuller linie ein bisschen den fokus haben denn da ist keiner seiner mails mehr da keinen ist keine sicht kein gar nichts aber er hat jetzt auch nicht so hier die möglichkeit jetzt ganz viel aggressiv zu spotten denn er ist halt so gut wie raus wenn er das machen würde der super pershing steht jetzt aber im cap dementsprechend hat da da jetzt was worauf er sich da stürzen kann auch seitlich da schön zu beschießen so jetzt rede hier ein somit wird jetzt für ihn schwerer zu beschießen aber schön dass er extra den den turm seitlich hindreht da sagt er bestimmt vielen dank das nehme ich gern an denn so kann er da entspannt den schaden anbringen der sonst ein bisschen schwieriger geworden wäre so jetzt hält er auf den turm drauf jetzt hat er den leider nicht mehr so schön seitlich wie davor so und jetzt braucht er noch ein einziges hitchen ja und genauso ist es auch dann ist er auch schon raus also es läuft hier perfekt für ihn elf zu elf stets drei kills hat er also von dem her sehr sehr knappes ding bis dato also von dem her sehr knappes ding bis dato ja Feuer, erlaubt es erteilt. Jetzt hat er endlich wieder ein Ziel mit dem M4A1 Revalorisé. So, der saß auch noch mal. Und der nächste Schuss, komm, einfach mal plant dahin. Ja, aber da hat er sich scheinbar schon wieder wegbewegt. Weil an sich hätte der eigentlich gepasst, so wie er ausgesehen hat. So, jetzt lässt sich der T32 da unten zusammenschießen. Was macht er denn da jetzt? Doch nicht so, Junge. Und der Löwe in seinem Team, warum der jetzt da unbedingt cappen muss alleine gegen eine Überzahl, weiß ich auch nicht so ganz genau. Aber er nach wie vor, er hat das Problem der fehlenden Hitpoints. Denn es sind halt 100. Und was willst du jetzt mit 100 großartig in den Angriff gehen? Das bringt halt nichts. Du gehst einmal auf und bist in der Regel halt raus. Also, da macht er es erst jetzt schon clever. Er kommt nicht mehr zum Löwen hin. Das ist einfach durch. Und so bleibt er übrigens einigermaßen in seinem Cap-Bereich. Denn sobald jemand durchfährt, kriegt er das mit. Und hier oben hat er eine gute Sicht. Also, so gesehen für mich schon die beste Situation, die er hier jetzt versucht zu spielen. Ja, und genau jetzt ist das passiert, was nicht hätte passieren sollen. Sein Löwe ist raus. Das heißt, jetzt ist es ein 1 gegen 4 mit 100 Hitpoints. Das ist doch mal sexy. So, jetzt kriegt er da den STA. Wie gesagt, muss da aufpassen, nicht zu viel riskieren. Schön, lange warten und genau perfekt gemacht. Sich den Kill gesichert. Jetzt ist er offen. Jetzt weiß natürlich jeder, wo er ist. Und jetzt muss er hoffen, dass der Gegner einfach, ehrlicherweise, ein bisschen strunzblöd ist. Und dann nacheinander kommt und halt auch, dass die low sind. Weil klar, wenn die jetzt alle rappelvoll sind, dann hat er keine Chance mehr. Jetzt muss er immer einen Blick auch nach unten haben. Ob da noch irgendwo jemand ist. Und jetzt da mit dem T25 Pilot, da geht er wieder auf. Aber wir sehen, der Ref hat nicht mehr viel. Sehr schön, den direkt rausgenommen. Und für den T25 Pilot, da braucht er aber noch zwei Treffer. Ah, der ging nicht. Wo ist der Super Purshing? Ist da auch noch die Frage. So, er bounced jetzt hier. Oh, der war wichtig. Sehr schön. Jetzt ist es ein ebenes Gefecht. Denn jetzt haben beide gleich viel. Und der nimmt ihn auch noch raus. Wahnsinn. Er ist plötzlich aus einem 1-4-1-versus-1. Und jetzt ist noch die Frage, wo ist denn der? 6.675 Damage hat er schon. Wo ist der Super Purshing? Da kommt er an. Und der ist ja noch voll. Das gibt es ja nicht. Der ist ja noch fast voll. Das ist natürlich jetzt eine beschissene Situation. So, jetzt kette der ihn erstmal. Zieht sich jetzt immer schön zurück. Wird jetzt wahrscheinlich weiterhin versucht, auf die Kette zu gehen. Um weiter nur am besten seinen Turm rausblicken zu lassen. Um vielleicht auch so den einen oder anderen Schuss. Sehr schön. Der Super Purshing hat jetzt gar keine Chance. Er kann jetzt hier nach besten Möglichkeiten da jetzt agieren. Ohne, dass der Super Purshing das großartig macht. Spielt das total toll. Und jetzt ist es nur noch 60 Hitpoints. Noch einen bitte einnennen. Und das schafft er es. Er macht das Game hier klar. Wahnsinnsleistung. 7.932 Schaden gemacht. Und ein 1 vs. 4 mit 100 Hitpoints durchgestanden. Das sind 2250 Basis XP. Und eine unfassbare Ausbeute an Credits. Dank Reserven und dem Bollwerk. Ja, besser konnte man es nicht machen. Für mich ein absolut verdientes Streetplay of the Week. Ich hoffe, ihr seht das ähnlich. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba. Ich hoffe, ihr seht das nächste Mal.